Hallo Leute, Marc hier von MagMath Studios. Willkommen zu einem neuen Review. Heute stelle ich euch die Trevo Excalibur vor. Das ist eine mechanische Gaming-Tastatur und die ist von der Größe ziemlich kompakt. Kommt also ohne numerisches Feld daher. Und der Hersteller Trevo ist eigentlich bekannt für seine günstigen SSD-Festplatten. Da habe ich mir eine bestellt und da ist mir auch die Trevo Excalibur aufgefallen und die habe ich dann einfach noch mitbestellt. Und zwar bei Amazon. Dort kostet das Keyboard zum Zeitpunkt des Videos 69,99. Alle Infos und Links dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Das Coole ist, dass man sich hier die verbauten Switches aussuchen kann, also die Schalter, die unter den Tasten sitzen. Und da hat man die Auswahl zwischen schwarzen Schaltern, blauen, braunen und roten. Und je nachdem, wo man die Tastatur einsetzen will, kann man sich eben hier die Schalter aussuchen. Für Gamer sind die schwarzen ganz gut geeignet, die blauen eignen sich gut zum Schreiben, die braunen sind so eine Zwischenlösung für Schreiben und Spielen. Und die roten sind ebenfalls ziemlich universell einsetzbar, dabei etwas leiser. Ich habe hier die schwarzen extra fürs Gaming und so sieht die Trevo Excalibur aus. Vom Design her wirklich ziemlich kompakt gehalten. Das Kabel ist auch nicht fest montiert, man muss das noch dran stecken. Das finde ich eine coole Sache. Und jawohl, das Ganze macht auf jeden Fall schon mal einen schweren Eindruck von der Tastatur her. Und das Keyboard gibt es in weiß und auch in schwarz zu bestellen. Das hier ist das USB-Kabel, das noch angeschlossen werden muss. Dann haben wir hier weiterhin die Anleitung in der Packung. Und es gibt noch einen kleinen Aufkleber von Trevo. Als nächstes haben wir hier noch die Garantiekarte. Und es ist auch noch ein kleines Werkzeug dabei, um die Tasten auszutauschen. Zum Beispiel ist hier Y und Z vertauscht, da das Layout eher amerikanisch gehalten ist. Die Tasten kann man also noch austauschen. Und ich bin sehr gespannt, wie die Tastatur performt. Die hole ich jetzt einfach mal raus. Das Gehäuse der Tastatur besteht komplett aus gebürstetem Aluminium. Ist also optisch schon mal echter Hingucker. Und auch die Tasten hier sind sehr ordentlich gemacht. Die schwarzen Schalter haben einen sehr tief liegenden Druckpunkt, was fürs Gaming sehr gut ist. Fasse ich also sehr gut an. Hier in der Anleitung ist noch erklärt, wie man das Beleuchtungskonzept ein- und ausschaltet. Das werde ich euch gleich noch vorführen. Man kann hier jede Taste einzeln beleuchten und so anpassen. Ein weiterer Pluspunkt ist das Anschlusskabel, das hier nicht fest verbaut ist. Finde ich also eine gute Lösung. Man kann das ganz normal mit einem USB-Kabel hier anschließen. An der Tastatur ist ein Micro-USB-Port. Und man kann eben hier das beiliegende Kabel benutzen oder ein anderes. Das beiliegende Kabel ist 1,80 Meter lang und macht einen hochwertigen Eindruck. Und das hier ist eben die Tastatur. Wie gesagt, die Tasten fassen sich sehr angenehm an. Das Tippen macht hier auch Spaß. Und die ist auch insgesamt ein bisschen leiser als die anderen Gaming-Tastaturen, die ich in diesem mechanischen Bereich getestet habe. Also daher schon ein sehr guter Eindruck. Und auch optisch macht die Tastatur einiges her. Man sieht hier das Metallgehäuse. Und hier auf der Rückseite ist der USB-Port, um eben das Kabel anzuschließen. Auf der Unterseite der Tastatur sind noch rutschfeste Füße angebracht. Man kann hier nichts ausklappen. Also die Tastatur ist so angewinkelt, wie sie daherkommt. Und man hat hier sogar Excalibur falsch geschrieben, wenn ihr das genau gesehen habt. Ansonsten habe ich hier nichts auszusetzen. Macht alles einen ganz guten Eindruck. Das Tippen geht wunderbar von der Hand. Ich würde sagen, ich schließe jetzt das Kabel an. Dann geht das Ganze an den PC, um eben die ersten Spiele damit zu spielen. Die Beleuchtung der Trevo Excalibur ist komplett in Weiß gehalten. Man kann also die Farbe nicht umstellen. Aber da gibt es auf jeden Fall verschiedene Einsatzmöglichkeiten, die ich euch gleich zeigen werde. So sieht die Tastatur im Betrieb aus. Da leuchtet es sich schön in Weiß. Das kann man auch in der Helligkeit verstellen. Und es sieht auf jeden Fall sehr cool aus hier auf dem Schreibtisch. Und die Beleuchtung kann man wie gesagt anpassen, wie man das möchte. Dazu muss man die Fn-Taste drücken. Fn mit den Pfeiltasten oben und unten verstellt die Helligkeit der Tastatur. Und drückt man wieder nach oben, schaltet man das Ganze wieder heller. Die Fn-Taste zusammen mit der Pfeiltaste nach rechts lässt die LEDs atmen. Die gehen dann langsam an und aus. Und drückt man wieder nach rechts, schaltet man diese Funktion wieder aus. Und die Tastatur leuchtet wieder durchgängig. Richtig cool wird es, wenn man die Fn-Taste nach links drückt. Dann seht ihr hier, dann entsteht so ein Welleneffekt. Das macht auf jeden Fall einen richtig coolen Eindruck und sieht super aus. Und mit der Nach-Links-Taste kann man hier sogar verschiedene Modi einstellen. Drückt man das erneut, dann läuft hier die LED-Beleuchtung von oben nach unten einfach durch. In diesem Modus hat die Eingabe auf der Tastatur keinen Einfluss auf die Beleuchtung. Das läuft hier einfach immer wieder von oben nach unten durch. Und man kann das dann erneut drücken für das nächste Beleuchtungskonzept. Hier leuchtet einfach die Taste, die als letztes gedrückt wurde, kurz auf und geht dann wieder aus. Ist ebenfalls ganz interessant. Und drückt man dann erneut Fn und nach links geht die Tastatur wieder in den vollbeleuchteten Modus. Aber die Beleuchtung kann auch noch mehr. Man kann jede Taste einzeln beleuchten. Dazu muss man Fn und die Taste 2 drücken. Dann kommt man hier in einen Programmiermodus und kann sich eben jede Taste an- und ausschalten, wie man das möchte. Das Ganze kann man auch wieder abspeichern. Ich nutze hier WASD, eben um einen Shooter zu spielen. Dann wieder Fn zusammen mit der Taste 2 und das Ganze wird abgespeichert. Komischerweise bleibt die Taste 2 immer beleuchtet, egal was man macht. Ansonsten ist das ganz okay vom System her und man kann hier auch die Helligkeit anpassen. Und natürlich kann man jederzeit wieder andere Beleuchtungskonzepte wählen. Das Gute ist, dass die Tastatur diese Einstellungen nicht vergisst. Wird also der PC vom Strom getrennt, merkt sich die Tastatur die programmierten Tasten. Und das ist auf jeden Fall ein sehr cooles System. Jetzt wird es auch langsam Zeit zum Spielen. Als erstes habe ich natürlich Battlefield 1 gespielt. Hier die Erweiterung, they shall not pass. Und da bin ich auf jeden Fall ganz gut mit zurecht gekommen. Also das Keyboard ist auf jeden Fall richtig gut zu bedienen. Hat einen sehr angenehmen Druckpunkt. Der Nachteil bei mechanischen Tastaturen ist oft, dass die sehr laut sind. Das ist hier nicht der Fall. Also die ist insgesamt ein bisschen leiser. Und das ist auch sehr angenehm damit. Also man kann die schon noch hören. Also das mechanische Klickgeräusch ist schon noch da. Aber es ist auf jeden Fall noch relativ dezent. Spielen ist damit auf jeden Fall sehr angenehm. Da kann ich mich gar nicht beschweren. Auch nach mehreren Stunden Battlefield habe ich hier noch keine Ermüdungserscheinungen. Und das Ganze macht immer noch einen sehr guten Eindruck. Was mir auch gefällt ist der verwendete Schriftsatz auf den Tasten. Also die Tasten selbst, die Buchstaben und Zahlen sehen so ein bisschen Science Fiction mäßig aus. Und das sieht man in dieser Form auch nicht ganz so oft. Meistens sind die Buchstaben und Zahlen ziemlich dezent gehalten und bieder von der Optik. Natürlich habe ich nicht nur Battlefield 1 gespielt. Ich wollte euch auch unbedingt noch Quake Heroes zeigen. Das ist ein neuer Free-to-Play-Shooter und momentan läuft da die Closed Beta. Die kann man jetzt hier vier Tage spielen und das habe ich mit der Tastatur auch gemacht. Leider gibt es hier eine Verschwiegenheitsvereinbarung. Ich darf euch also nichts aus dem Gameplay zeigen. Und deswegen gibt es auch hier nur den Ladebildschirm. Das habe ich also auch zig Stunden mit der Tastatur gespielt und werde es auch dieses Wochenende noch machen. Und da macht das Keyboard auf jeden Fall einen super Eindruck. Also gerade bei so einem schnellen Shooter macht das richtig Spaß mit so einer Gaming-Tastatur von dieser Qualität. Das Einzige, was vielleicht etwas stört, ist, dass man hier die Taste 2 nicht frei belegen kann von der Beleuchtung. Die leuchtet also immer in dem Modus, in dem man sich die Tasten frei belegen kann. Vielleicht noch unten auf der Unterseite des Keyboards hat man Excalibur falsch geschrieben. Das sollte man vielleicht in Zukunft noch ändern. Das Spielgefühl mit der Trevo Excalibur ist auf jeden Fall einwandfrei. Und wie gesagt, ich habe vom gleichen Hersteller auch eine SSD-Festplatte mitbestellt mit 256 GB. Die habe ich auch schon eingebaut. Und die funktioniert ebenfalls einwandfrei. Dazu werde ich auch demnächst ein Video machen, um euch die vorzustellen. Und ich freue mich jetzt drauf, das lange Mai-Wochenende zu nutzen, um Quake Champions zu spielen, die Closed Beta. Sehr schade, dass ich euch zu diesem Spiel kein Gameplay zeigen kann. Man darf also nichts davon nach außen dringen lassen in der Closed Beta. Mit dem Keyboard bin ich dafür auf jeden Fall super ausgerüstet. Und ich werde Quake Champions jetzt auch gleich starten und loslegen. Ich komme leider langsam schon zum Ende und danke euch fürs Zusehen. Wenn ihr Fragen habt zur Trevo Excalibur, dann schreibt die in die Kommentare. Ich antworte euch sehr gerne. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal, euer Marc von MacMath Studios. Ciao.